ARD Text im Auftrag von Funk Oh wow Tief durchatmen, einmal in den Hund atmen So und damit fällt sie gleich vom Stuhl Wer schwebt denn da so fünf Meter über dem Boden? Das ist die Frau, die nicht atmet Sie wandert langsam gen Himmel Warum schwimmst du denn? Nein, weil ich gelaufen war Ich kann schwimmen, ja Mal gucken, ob man Dinge unter ihr platzieren kann Wir haben mein Ziel erreicht in dem Game Ich kann schwimmen Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen Nicht pressen Das geht in die Hose Guck mal in meinem Stream Oh das ist mein Stream Mit meinem eigenen Ja genau Reneline hat neun Freunde Meine Identität wurde geknackt Okay Mama, wir gehen da nie wieder rein Dann bleib ich wohl da noch weg Oh Gott ey Nein, meine Taschenlappe gehen Ja, scheiße Die Mörderin hat zugeschlagen Ich seh nicht, ich seh nicht diese Mund Ich seh nicht Ich verruf Du bist tot Du hast es bis hierhin geschafft Schießen Sie ein Pulte von Geist Wo bist du? Vielleicht bin ich Bist du schon im Eisladen? Schießen Sie ein Pulte von Geist Hä? Hä? Wartet doch mal bitte kurz Bist du im Haus, Ryo? Nein, nein Ich muss die Szene immer wechseln Ja, ich bin hier Vor dir Kleinen Moment bitte Ich klicke mal bei mir die Tür nicht auf Warte mal Hä? Nein, nein Nein, nein Winnie, komm mal Du bist bei mir durch ne Suezür gegangen Hä? Profi Mann mehr Ich verstehe gar nichts mehr Draußen Hä? Ich kann nicht schreien Weil bei mir die Tür nicht aufgeht Dann mach die Tür auf Ja, ich versuch das doch Ja, ich versuch das doch Die Tür ist offen Die Tür ist offen Die ist bei mir zu Ihr geht bei mir alle durch ne Zuntür Egal wo sie es klaue 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 Ich will da rein Ab an den Monitor mit dir Du hast Busdienst Ejo, was hast du vor? Ich seh nichts, oder? Mach dich da Mach die Augen auf Oh Gott, ich komm rein Mach die Augen auf Oh Gott, ich komm rein Das geht auch mal hin Also, wir machen uns rein Nein 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 Wie ich hier auch immer rauf gekommen bin Willkommen im Schlafzimmer Rin ist schon bereit Nnennennenene Ja oder Äh Nope Nach dem Prinzip Der Geist ist in dir Jetzt weiß ich, was die Kiste da auch unter dem Nachttisch soll, okay. Ich bin raus. Was ist denn in dieser Kiste drin, Ren? Nee. Nee, nee. Ey, ich kann doch in der Ernst bleiben. Ihr seid dabei. Fein. Ey, rede. Wow. Wow. Siehst du, das Krieg muss auch schon lachen. Das hat schon immer weggeworfen. Ich habe jetzt noch Silikon dabei. Was? Okay. Was willst du damit machen? Will ich das? Doch, ich will das. Ich will jetzt wissen. Das ist Silikon. Nein, Ryo. Nein. Bin ich jetzt echt... Aus, Ryo. Aus. Ich zieh keine Karte. Aus, Ryo. Aus. Nicht wieder. Raus mit euch. Okay. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Schreib in das Buch. Mal mir ein Bild. Bist du hier? Danke, ihr schreibt ins Buch. Dankeschön. Ich habe was verpasst. Ich komme euch gleich mit auf Säge hier. Nein, nein. Mami. Ich bin noch ein Bild. Scheiße. Ja. Scheiße. Scheiße. Und ihr so? was treiben die da oben ich bin da auch das heißt sie mal hier reinkommen ne ich mach wieder ein Foto vom Knochen ich geh in Rio nicht reinkommen ich bin da gar nicht so stopp Nein! Nein! So. Hallo! Hallo Eisblume. Da ist der Jagd mal anders. Also Lilja, wenn du in Discord guckst, siehst du auch was. Tschüss, liebe Renélein. Es war schön mit dir. Das Baum, das Tisch. Danke, ich hab schon verteilt. Was, ist das ein Tisch? Es ist ein Baum. Und er hat Türen. Facepalm. Es ist ein Baum. Und es hat Türen. Was? Die Schränke ab. Schuss. 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 Schuss.